Hallo liebe Freunde der Popmusik, es ist soweit. Aus der Dortmunder Westfalenhalle präsentiert Thomas Gottschalk die internationalen Superstars der Pop-Szene 1983. Von Nena bis Elton Jones, von Ketchigugu bis Barclay James Harvest ist alles aufgeboten, was Rang und Namen hat. Tommys Pop-Schuh Extra haben übrigens zwölf europäische Fernsehstationen übernommen. Viel Spaß bei der Nacht der Pop-Stars mit Thomas Gottschalk. Diese Sendung wird in Stereoton ausgestrahlt. Manche mögen es so. Manche mögen es so. Und manche mögen das. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Ausgabe von Tommys Pop-Show Extra, zur letzten Ausgabe in dieser Reihe. Und wir haben uns gedacht, laden wir ein paar Leute ein, damit wir nicht so alleine sind. Ein paar Onkels von mir wollten auch zugucken. Deswegen haben wir einen größeren Raum genommen. Herzlich willkommen in der Westfalenhalle in Dortmund. Wow, so. Ihr seht also, ihr seid zu einer Superfete eingeladen. 21 Rockgruppen sind dabei. Die ganze Sendung geht in zwölf Länder. Als da sind Bulgarien, Belgien, Finnland, Schweiz, Portugal, Schweden, Österreich, Italien, Jugoslawien, die Türkei, Dänemark und die Sowjetunion. Hey, Mr. Andropok. Keep working. Damit das auch über die Fernsehschirme geht, haben wir 27 Kilometer Kabel verlegt. Wir haben 2000 Scheinwerfer aufgehängt. Wir haben sechs Kameras dabei. Das ist einer von den Kameraleuten. Henning, bist du gut drauf? Ich bin sehr gut drauf. Wann fangen wir an? Wir fangen gleich an. Hier ist die erste Band zum Ankochen in Dortmund. Spider Murphy. Yeah.